moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video von million for this house und wie ihr schon im hintergrund seht wir spielen heute sieve simulator im moment noch nicht mit sonnenbrille weil wir sind noch nicht im einsatz noch sind wir kein verbrecher für die außenwelt gemälde stehlen oder zerstören das gemälde kuss stehlen oder zerstören 150 dann machen wir das wir wollen überhaupt nichts klauen oder steh ich dann nicht hier war ich doch letzte folge erst und hab die scheibe eingestellt das war das diese putze oder was war doch hundertprozentig diese putze oder hier hatte ich das glaube hier ist auf jeden fall irgendwo wer ich hab doch gerade eine türe ich bin dann mal weg bevor man polizei aufkreuzen kann ich blockiere den verkehr nicht ist okay polizei sucht ein auto scheiße weil ich mein auto im weg stehen hab dreh sogar gleich mal für mich weil einfacher und ich stell mich direkt auf den gehweg damit ich keinen verkehr verkehrern kann ist überhaupt nicht auffällig wenn ich so vor dem haus park aber ist okay das hat jetzt schon mal wieder sehr gut funktioniert als ob die ja es zu stress dass wir die kopf auf mich rufst nur weil ich mein auto da park willst du willst du stress lauf doch einfach dran vorbei du dummes etwas jetzt muss ich wegen die hier schon wieder flüchten ja reparaturkosten ist okay solange es nur die sind ist mir das egal hier stehst du nur im swumweg alles ist easy ich versuche jetzt noch mal in dasselbe hause einzubrechen zum fünften mal die scheiß bild ist auch noch genau da hinten wo sie ist die muss ich genau jetzt dahin wo setzt sich doch jetzt nicht das war gefährlich irgendwie eigentlich in dem schrank verstecken jetzt ein problem aber wenn sie lang kommt schwester steh auf also ne no offense aber steh auf halt die fresse hat keine zeit für den dummen scheiß hier muss das bild da klauen parker auf dem parkplatz warten stündchen und dann komme ich wieder okay der eine kommt hä du solltest nicht zu hause sein du solltest nicht zu hause sein da steht bei beiden nicht zu hause aber sie ist auf ihr ist die zuhause das können das kann ich wahr steinern da habe ich bei den gerade über ebay gekauft das ist alles legitim das ist alles sehr sehr legitim es war ein legaler kauf mit legalem fake geld endlich wir haben den job geschafft ich wollte das gemälde nicht zerstören also habe ich es mitgenommen weiß nicht ob ich das jetzt verkaufen kann oder weil die aufgabe war ja nur mitnehmen oder zerstören sehr gutes tiefes rating das bild habe ich jetzt noch hier drin das ist ein lützes bild das habe ich gar nicht gesehen ich beachte auch das ist mal ein feines gemälde meinst fandhäuschen weil ich nicht glaube dass das verbraucht willkommen moin parker auf dem gemälde stehlen oder zerstören dann machen wir das halt noch mal äh bei welchem haus war ich bei dem schon mal rented dog 110 die bakers ok jetzt am besten nachts ist da vielleicht nicht so viel los eigentlich haben wir gerade glück und ich hoffe dass ich für diesen dieses gemälde stehlen oder zerstören jetzt nicht 30 jahre brauche so wo ist 10 ist direkt da unten ich darf kein gehweg zu parken und kein ähm deswegen stellen wir uns gleich mal zu anfang ein bisschen anders hin mich einfach direkt hier ins gebüsch fällt schulie nicht auf und so ich glaube in der 1110 war ich schon mal habe ich dafür noch einen schlüssel? ne für die 109 aber noch nochmal checken ob hier nicht vielleicht nochmal geld rumliegt oder so noch ein paar sachen mitnehmen kann geht das wollten die vor mir verstecken ich merke das schon wollte gerade aber nicht den toaster kann ich noch mitnehmen die pfanne kann man auch mitnehmen ähm ja wir checken hier nochmal aus irgendwas was man mitnehmen kann ne aber etwas was man noch zerstören kann wenn man lange Heule hat wenn wir gute Diebe sind zerstören wir natürlich auch hab das bild äh bei einer versteigerung gewonnen es ist nichts illegales hier ganz normaler tag bitte nicht stören lassen oh die dinge gegen mein auto werfen das war nicht gewollt wir haben die nächste picture was ist das liebes rating diesmal s plus der feiert sich für nichts sehr gut war auch einfach aber ne willkommen moin in häusern kaufen ja ich glaube wir brechen jetzt einfach nochmal irgendwo entspannt ein eins eins zwei war mir dann gehen wir nochmal brechen wir nochmal bei eins eins drei ein von neun uhr morgens bis zwei uhr nachmittags ist niemand zu hause von neun uhr morgens bis vierzehn uhr ist keiner zu hause dann gehen wir doch nochmal in das schöne haus wir haben es acht uhr morgens oh das passt sogar perfekt ey ich will nicht so weit von dem haus weg parken ja ja reparaturkosten schmosten leider ja reparaturkosten schmosten wie gesagt na neun uhr morgens es sollte jetzt keiner zu hause sein hier äh ich bin kammerjäger ne 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 ist alles gut ist alles ist alles gut kein haus friedensbruch nicht bei mir hi schönen sonntag morgen wir haben gerade sogar einen real life sonntag ich weiß nicht mal ob wir hier tage haben aber jetzt habe ich dadurch meine brille ein bisschen angehaucht und sehe ich weniger hier war nämlich das fenster offen genau zwar in dieser butze aber erstmal checken wie ob hier noch was rumsteht na genau das radio zum beispiel das war jetzt das 1 zu 1 selber aus wie in der letzten folge schon aber ich glaube wir haben gerade nicht viele andere möglichkeiten also wir müssen erstmal leveln geld geld oh fette vasen inventar ist voll aber jetzt wird es schon trauriger hier ist noch geld das ist ein smartphone warte 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 schlüssel fallen lassen schlüssel fallen lassen ich nehme mal nicht alle davon mit zum beispiel das handy das könnte mir nämlich tendenziell mehr geld einbringen genauso wie das ding hier ein fucking router weg mit den glastassen ich brauche unbedingt mehr inventar platz wirklich noch mehr geld noch ein smartphone das die sind eigentlich schon für mich fast irgendwas habe ich das irgendwas anderes ich wollte nicht die brechstelle droppen gib mir das smartphone das nehmen wir sowas von mit ob ihr wollt oder nicht noch ein radio ja doch naja inventarsfall ok dann suche ich jetzt hauptsächlich nur noch nach geld muss noch ein bisschen schneller gehen langsam irgendeine komische figur mehr figuren ach das ist ein kinderzimmer ich bezweifle mal ganz stark dass hier drin irgendwie geld ist aber ein fernseher den kann ich sogar noch so mitnehmen dafür brauche ich keinen inventarplatz sehr gut wir haben noch zeit aber wir sollten uns auch nicht zu sehr zeit lassen warum hat man in dem einen fach einfach eine fernbedienung und ein und geld und in dem nächsten fach einfach ein messer noch mehr geld das war ein garten verkauf das war ein flohmarkt alles alles normal alles legit ich habe nichts mitgelebt also alles normal mir geht es gut ich hoffe ihnen geht es gut mir geht es gut wir sehen uns oder so wo wir hätten auch eigentlich gleich ins phantos fahren können aber ich will mein diebes rating jetzt sehen wie gut war es ausrufe zeigen level aufstieg vergiss nicht die unvergebenen fertigkeitspunkte ich hätte schon gerne das ziegel werfen krankenhock klettern 25% ja 25% mehr platz im rucksack oh geil das ist sehr nice und jetzt gehen wir erstmal den ganzen schrott verkaufen welcome 120 für den fernseher smartphone 50 router 40 nochmal 50 für ein smartphone wir haben nicht schlecht kohle gemacht also beschweren kann man sich da normalerweise weniger ok leute das war heute mal ein etwas kürzeres video ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen lasst auf jeden fall ein like und ein abo da würde mich freuen und ja dann würde ich sagen haut rein und bis zum nächsten mal tschiu